Ihr Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Die Kutiebox ist da, die wir mal öffnen. Und wenn euch das interessiert, dann wie immer schnapp den Kaffee in den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Ihr wisst, das Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, wenn dir dieser Kanal gefällt. Und falle die wieder eingeschaltet und dann schön, dass ihr da seid. Ihr seid bestimmt gespannt auf das Packaging und ich muss sagen, das ist richtig toll diesmal. Und man sieht, man hat hier nicht geupcycled oder recycelt, wie man immer so schön sagt, sondern man hat einfach eine neue Goodiebox Farbvariante genommen. Seht ihr das? Hallo, Lila, sehr schön. Also es ist eine dänische Abo-Box. Zwischen fünf und sieben Produkte sollen immer drin sein und sie versprechen ja immer einen Mindestwert von 70 Euro. Wenn ich einen Rabattcode habe, dann blende ich euch den ein. Ansonsten habe ich immer alle meine Boxen unten in der Infobox. Ich habe noch kein Unboxing gesehen. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Wir haben auch keinen Flyer, sondern immer einen QR-Code. Aber ihr wisst, ich liebe diese Schubladen. Das ist der erste Blick und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es riecht nach Pfefferminztee, würde ich sagen. Und sie haben, meine ich, auch den Transporthändler verschoben. Also das ist jetzt, glaube ich, für der DHL. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und man sieht es auch an den Boxen. Die sind nicht mehr so kaputt und hin und her geschmissen. Das ist der schöne Flyer. Ja, schauen wir mal, was drin ist. Okay, einfach reingeschmissen. Kann man machen. Dann haben wir noch mal einen ersten Blick. Und es ist ja so, bei der Goodiebox sind oftmals auch Probegrößen drin. Von bekannten Marken, die vielleicht nicht so preisgünstig sind. Oder von unbekannten Marken. Es wiederholen sich ja auch immer mal Firmen oder Produkte. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Und ihr wisst ja, das eine oder andere Produkt landet dann wieder in einer Verlosung für euch. Und das erste ist ein Micellenwasser. Das finde ich sehr interessant. Und auch das Packaging finde ich sehr schön von der Firma Kommen. Aus Kopenhagen, vegan, parfümfrei und wir haben 150 ml. Finde ich sehr entsprechend. Es sah von dem ersten Blick aus so ein bisschen wie von der My Little Box die Eigenmarke. Aber dadurch, dass es so glänzt, finde ich das richtig fancy irgendwie. Micellenwasser nimmst du ja einfach zur Reinigung vom Gesicht. Also ich mache meistens erst den Schmauer darunter. Dann nehme ich nochmal Micellenwasser und tue dann mehr oder weniger meine Routine des Tages zum Abschminken einfach weiter. Und sowas finde ich sehr schön. Von der Firma Condeux hatte ich tatsächlich noch keinen Abschmink oder Micellenwasser. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt. Dann haben wir wieder ein Produkt, was leider nicht so ganz meinem Geschmack entspricht, aber wahrscheinlich den einen oder anderen von euch. Und zwar von der Firma Vada Luxury Skincare, eine Food Cream, 100 ml Deeply Hydratis. Also wahrscheinlich für richtig trockene Füße steht da was auf Deutsch. Mit Anwendung drücken sie eine kleine Menge der Creme in die Hände und massieren sie sanft in die Füße ein. Ja okay, ich könnte es tatsächlich für meinen Mann mal lassen, aber der ist da auch so nachlässig wie ich. Ich hasse Füße ein Creme, ich hasse aber generell ein Creme. Deswegen wird das mal in einer Verlosungsbox für euch landen. Das ist auf jeden Fall eine Größe, wo man mal ausprobieren kann. Und ich sage jetzt mal, auch Packaging würde mich jetzt ansprechen. Ich sehe nämlich schon ganz tolle Sachen da drin. Von der Firma Huygens. Tent, Eclat, Mask, okay. Brightening Puffering Mask, okay. Wir haben 50 ml drin, also eine Gesichtsmaske. Ja, Huygens mag ich eigentlich auch ganz gern, aber ich habe tatsächlich noch so viel auf. Ich weiß noch nicht, vielleicht geht das auch weiter. Mal gucken, ich bin da heute so ein bisschen unschlüssig. Ich habe nämlich so viele Pakete zum Unboxen, Videoabdrehen. Bin momentan so ein bisschen gesättigt von den Boxen. Aber das ist nicht schlimm, das ist auch den Adventskalender Unboxings geschuldet. Aber ansprechen würde mich das schon. Und auch Firma Huygens mag ich sehr gern. Und wir haben von Moshi Moshi Mind Badebomber. 3x20 Gramm. 100% Natural. Mit Zitronenpeel, also hier steht jetzt Lemon Peel. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein bisschen zitronig riechen. Das war auch der Geruch. Finde ich sehr süß gestaltet. Weil von Moshi Moshi Mind habe ich momentan tatsächlich nur eine Pinzette. Die finde ich sehr süß. Viele Produkte waren jetzt nicht so, dass ich sage, ja super. Aber das finde ich auch eine schöne Geschenkidee. Also das Packaging spricht mich total an. Und dann haben wir ein Parfum. Das heißt Fernray 10ml Centia. Ja, okay. Gut, sagt mir auch gar nichts. Sprühen wir mal. Guck mal. Bisschen herb. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Verpackung. Ich habe diese Verpackung in meiner Handtasche und ich finde das so toll. Die kannst du immer reinstopfen. Und dann gucke ich auch mal gar nicht, was das für ein Duft ist. Diese Sachen sind immer in meiner Handtasche und ich mag das einfach. 10ml ist schon. Sag jetzt mal, damit kann man ein Bild testen. Wenn ich das Bild finde dazu, dann werde ich es nach euch natürlich einblenden. Genau bei den anderen Sachen auch, wenn ich Preise habe oder Bilder, was ihr denn tun oder nicht tun soll, blende es sich ein. Sehr frisch. Ja, also für den Übergang, für den Herbst. Aber wirklich, ich mag dieses Packaging eigentlich total. Also wir haben ein Parfum. Und das ist schon ein Parfum, ne? Das ist nämlich so klein geschrieben, dass ich das gar nicht lesen kann. Nicht in die Augen sprühen. Okay. Also dann haben wir die Badekampen. Dann haben wir die Maske. Die Fußcreme. Und ein mit Zellenwasser. Und ich muss sagen, mir fehlt zwar jetzt irgendwie so ein bisschen so das Highlight. Aber das Highlight wäre tatsächlich das Parfum. Aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und das ist völlig in Ordnung. Die werden auch ihren Wert haben. Und ja, sehr Skincare-lastig, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber sowieso Pflegesonntag, sag ich jetzt mal. Du reinigst dein Gesicht, machst Fußmaske, machst Gesichtsmaske. Gehst vielleicht noch in eine Badewanne. Und tust dich hinterher einsprühen, wenn du fertig bist. Ja, das passt. Das macht schon Sinn. Das finde ich auch in Ordnung. Aber wie gesagt, mir gefällt tatsächlich die Umverpackung im Moment eigentlich am besten. Auch wenn ich das tatsächlich in meinen Schrank dann gar nicht mehr sehe. Aber das gefällt mir tatsächlich am besten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sie habe unboxen können für euch. Also ich habe sie selber gekauft. Und freue mich dann auf die nächste Box. Wir gehen ja stark Richtung Weihnachten. Meistens sind ja die Weihnachtsboxen nicht so prägernd. Aber schauen wir mal, was da die Monate demnächst auf uns zukommt. Und da hoffe ich natürlich, dass ihr auch wieder dabei seid. Das sage ich dann aber. Bis dahin. Wie immer, bleibt es mir schön gesund. Eure Heike.